Ist irgendjemand hier? Bei der letzten Motorradtour ist plötzlich der Motor verreckt. Ja, klar bin ich verzweifelt. Also die hat halt das Klopfen angefangen, ja. In dem Moment steht man einfach total verloren da, ja. Wenn man Motorradtour macht, da kommen natürlich zahlreiche Kosten im Falle von der Panne auf einen zu. Und da fangen wir um mit Abschleppkosten, mit Pannenhilfe, mit Übernachtungskosten. Ich habe dann meinen Versicherungsvertreter angerufen. 30 Minuten später war der Abschleppwagen da. Es beruhigt einen sehr, ja. Eine Erfahrung von mir, wer den Schaden hat, sollte nicht noch allzu lange dumm dastehen. 19 Millionen Kunden, 10.000 Vertreter, eine Allianz.